So, Freunde, und jetzt gucken wir Schimmi. Jetzt geht es los. Das Video heißt, es gibt drei Burger King-Spiele für die Xbox. Also, weder kenne ich diese Spiele, noch habe ich jemals eine Xbox besessen, aber wir gucken uns das jetzt an. Krank, genau das habe ich heute auch gemacht. Auch mit diesem Controller. Ich verspüre... War das gerade etwa ein BLJ? Königlichen Appetit! Okay. Ach du Scheiße, was ist das für ein cooler Burger King? Da ist ja wirklich eine Krone drauf. Also so eine Riesenkrone einfach. Mein Heim, es wird Zeit für ein königliches Festmahl. Funfact, diese Musik eben war aus Earthbound. Ich habe Freude darüber, mir nun jenes majestätische Gericht einverleiben zu dürfen. Ach du Scheiße. Wo ist der? Aber irgendwie wäre das geil, oder? Wenn ihr einfach Videospiele dazubekommt. Fucking Kassenzettel, Alter! Burger King! Ich muss wirklich niemandem mehr erklären, was das ist, oder? Ich bezweifle mal ganz stark, dass irgendwer von euch so dermaßen hinter dem Mond lebt, dass er noch nie von einer der größten Fastfoodketten der Welt gehört hat. Keine Ahnung, also ich kenne nur Hans zum Glück. Was ist dieses Burger King? Daher bin ich mir sicher, dass sobald dieses Logo, dieses Logo erscheint, wir kollektiv an dieselbe Sache denken müssen, wofür man Burger King eben kennt. Burger, Bombe, Videospieler, drei Stück für die Xbox, Sneaking, Pocketbike, Racer und Big, Big Bombe. Warte mal, was? Ey Jungs, habt ihr Lust? Okay, warte mal, was? Einen Augenblick. Also das assoziiere ich ja noch mit Burger King, aber die anderen Spiele, Sneaking, ja doch, das ergibt Sinn. Pocketbike Racer, Big, Big Bombe. Ey Jungs, habt ihr Lust auf eine Runde Big Bombe? Das sind drei komplett originelle Spiele, die im Jahre 2006 in Form der King Games Trilogie von Burger King höchstpersönlich in Auftrag gegeben, und schließlich veröffentlicht wurden. Eigentlich ganz cool, aber wofür das? Warte mal, was ist dieser King? Hat er das mit VR-Shit gemacht? Das Ganze. Nun ja, ihr müsst verstehen, Burger King hat's nicht immer leicht, die ganze Zeit im Schatten von McDonald's zu stehen, immer damit verglichen zu werden, das... Wie gut ist bitteschön dieses Video? Also wie gut ist das bitteschön gemacht? Der hat das doch mit der VR-Brille gemacht, oder? Das ist doch VR-Shit. Das tut schon weh. Eigentlich haben Leute doch Angst vor Clowns, aber trotzdem meiden sie eher den König? Wo macht das Sinn? Egal wo der König belegter Brötchen auch hinblickt, überall schneidet er schlechter ab als sein Konkurrent im Clowns-Kostüm. Und will er sich mal mit guten Inhalten ablenken, verfolgt ihn selbst da dieses gelbe Riesen-M. Doch dann fällt es ihm auf. Kinder. McDonald's zählt ihre Werbung vor allem auf Kinder ab. Die Jugendlichen werden überhaupt nicht beachtet. Die Jugend. Das ist es. Ich mach einfach Werbung für Jugendliche. Okay, aber... Du bist cool, wenn du bei Burger King isst und keine 8 Jahre alt. Was findest du denn heutzutage cool und hip? Fragte sich der König. Ich weiß! Videospiele. Drei Stück für die Xbox. Ja, Burger King hat ihre damalige Werbekampagne auf Videospiele fokussiert, weil sie sich damit... An sich ist das eine coole Idee, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Spieler absoluter Trash sind. ...der Jugend annähern wollten, was 2006 anscheinend allesamt Gamer waren. Aber diese Spiele müssen doch erst mal erstellt werden, also brauchen wir zuallererst ein geeignetes Entwicklerstudio dafür. Äh... Nö... KB... Auch nicht. Das ist... Das ist perfekt! Ich hab extra die Credits beider Projekte miteinander verglichen und kann euch somit haushoch bestätigen, dass mindestens zwei Personen, die für den 3D-Plattformer Glover verantwortlich gewesen sind, auch Teil von Blitz Game Studios während der Burger King Trilogie waren. Und während Alkali für die Nintendo Wii! Hallo, Blitz Games hier. Frisch für sie gegrillt. Ist das Ulti-Stimme? Der neue Hot Texas Womper mit... Ist das Etienne KD-Stimme? Yo, wir müssen innerhalb von einem halben Jahr drei Xbox-Spiele für Burger King machen. Drei komplette Spiele in sechs Monaten zu erstellen. Warte mal, was? Also in welchem Universum haben die erstens gedacht, dass es eine gute Idee sei? Und zweitens gedacht, dass es gute Spieler werden. ...ist echt nicht ohne, aber Blitz Games war davon überzeugt, dass sie das schaffen, weil es sich hierbei ja nur um kleinere Xbox Live-RK-Titel handeln soll, die man dann im Online-Store der 360 kaufen kann. Z-Modchi, dankeschön. Ja, hallo? Jetzt bei Burger King. Die neuen King-Pommes. Hey, die Spiele werden wohl doch auf einer Disc rauskommen, damit man sie nur bei Burger King kaufen kann. Ach du Scheiße. Aber an sich ist das eine coole Idee. An sich ist das wirklich eine coole Idee. Ja, du bestellst Essen und bekommst ein Videospiel dazu. So zu sagen. Aber es sind halt Trash-Games. Wendliche Preisempfehlung. Ach ja, und wir sollen noch eine Extra-Version für die erste Xbox machen, die auf derselben Disc drauf ist. Aber die Deadline bleibt die gleiche. Ach du Scheiße. Diese drei Spiele sind eigentlich sechs Stück. Es handelt sich hierbei nicht einfach um ein Xbox-Spiel, das auf der Xbox 360 abwärts kompatibel läuft. Nein, legt man so ein Spiel in eine originale Xbox hinein, dann startet die Version der originalen Xbox. Aber legt man das Ganze in eine Xbox 360, dann startet die Version der Xbox 360. Deshalb sind auch die Boxen davon super komisch. Ein unwissender junge Bursche könnte das Spiel finden und meinen... Ah, so, so. Dies ist also ein ordinäres Xbox 360-Spiel. Bis er dann nach links oben guckt und sieht... Da! Ich kenne auch legit kein anderes Videospiel, egal auf welcher Konsole, das sowas jemals gemacht hat. Und dann sind es einfach die fucking Burger King-Spiele. Die hatten anscheinend wirklich Bock, Gamer in ihre Restaurants zu ziehen. Ich meine, die können am Ende des Tages sagen, dass sie die Einzigen sind, die das gemacht haben. Props! Oder einfach kein Plan von der Gaming-Industrie. Ich weiß nicht, was hier wahrscheinlicher ist. Dennoch war das nicht Burger Kings erster Annäherungsversuch. Zum selben Zeitpunkt ungefähr kam Fight Night Round 3 raus, wo der König nicht nur ein Trainer war, sondern es auch noch ein komplettes Burger King-Event gab. Das Spiel wurde extrem für seine überzogenen Produktplatzierungen kritisiert. Die King... Ach, wirklich? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. ...Games scheinen sich aber wirklich gelohnt zu haben. Für 3,99$ hat man eines der drei Games mit einem Menü bekommen, was sich anscheinend ganze 3,2 Millionen Kunden nicht entgehen lassen wollten. Obwohl das Spiel nur während der Adventszeit 2000... Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Also 3 Millionen für Games, die es nur bei Burger King gab. 6 und auch nur in Nordamerika verkauft wurde. Paper Mario 2 hat sich seit seiner Existenz nicht mal 2 Millionen mal weltweit verkauft. Wirklich? Holy shit. Aber ich meine, zur Verteidigung muss man sagen, das ist ein Game. Ich glaube, die 3 Millionen beziehen sich auf alle drei Games, oder? Das ist schade, weil das hier ist so ein verdammt gutes Spiel. Liegt aber auch unter anderem daran, dass die Gamecube einfach nicht oft verkauft wurde. Und das tut mir echt weh. Das bedeutet allerdings auch, dass es für Leute außerhalb dieses Kontinents quasi unmöglich ist, diese Spiele überhaupt zu starten, da sie allesamt regionlocked sind und somit nur auf Konsolen aus Nordamerika überhaupt laufen. Man müsste notwörtlich entweder seine Konsole modden, um sie regionfree zu machen, oder man importiert sich extra aus den USA. Eine Xbox 360 kauft sich dann einen Spannungswandler, damit man sie überhaupt an eine deutsche Steckdose anschließen kann, ohne dass die irgendwie explodiert oder so. Und das alles nur, damit man drei Lizenzspiele spielen kann, die man übrigens auch noch aus den USA importieren lassen muss. Und technisch gesehen nichts weiteres als Marketing von Burger King war und dementsprechend wahrscheinlich kaum richtigen Spielspaß oder Qualität bietet. Das wäre pure Geldverschwendung und fucking Niem spielen würde das tun. Außer man hat einen dummen YouTube-Kanal. Dieser maskierte Schwerverbrecher ist momentan auf freien Fuß. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Einfach nur ein King, meine Augen. Ey, habt ihr noch ein paar Pommes? Sneaking ist ein Videospiel. Ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Auch wenn der Titlescreen davon wie aus einem schlechten Horrorfilm wirkt, ist es tatsächlich eine ziemlich akkurate Repräsentation von dem, was man in diesem Spiel machen soll. Warte mal, was zum Teufel, was zum Teufel ist dieses Spielprinzip? Läuft man zu anderen hinten, erschreckt ihr oder was? Man schlüpft einfach in die Rolle des Königs und ist der womöglich größte Creep aller Zeiten. Ach, du Scheiße. Also es geht einfach nur darum, dass du ein Creep bist. Ich meine, ich finde den McDonalds klauen immer noch gruseliger als den Burger King King. Wer kam auf diese Idee? Um nicht gesehen zu werden, schleicht fremden Menschen hinterher und... Was zum Teufel? Aber es ist alles cool. Der König will ja niemandem was Böses. Er schleicht sich zwar straight up in den Garten eines fremden Menschen und begeht somit Hausfriedensbruch, aber er gibt den Leuten den Burger und tanzt für sie. Dann ist alles cool. Alle lieben den König... Ja, absolut normal in Amerika, ja. Wenn ihr ein eigenes Haus besitzt in Amerika und einen eigenen Garten habt, kann es vielleicht mal passieren, dass da so ein riesengroßer König auftaucht, euch einen Burger gibt und dann random tanzt. Naja, immerhin habe ich den Erfolg noch bekommen. Der Gamerscore meiner Xbox wird alle so richtig heiß machen, wenn sie sehen, dass ich jeden Erfolg in Sneaking erhalten habe. Klar, deine Kunden werden möglicherweise ein traumatisches Erlebnis davon mitnehmen, weil sie denken, ein maskierter Psychopath würde sie verfolgen und umbringen wollen. Wenn er aber den Burger... Das ist ja so geil gemacht, oder? Jetzt mal ohne Spaß, wie gut ist dieses Video? Mit diesem VR-Chat-King, aber im Real Life auspackt's. Aber ja, im Grunde ist das das komplette Spiel. Man schleicht sich an Leute ran, versucht im besten Falle nicht entdeckt oder gehört zu werden, gibt denen dann kurz bevor sie verhungern ihr Essen und rundet das Ganze noch mit einem super coolen Tanz ab. Halt, holy shit, der King hat Moves drauf. Aber nicht nur er kann sowas. Es gilt nun also, sich unter die Leute zu mischen, nicht herauszustechen, sich einfach anzupassen und das trotz diesem super auffälligen Outfit. Guck mal, das sind die Kleinigkeiten. Das sind einfach die Kleinigkeiten. Ihr seht, warte... Sich einfach... Der Typ hier unten gehört zum Video, aber nicht der VR-Chat-King, der da steht. Aber jetzt passt mal auf, achtet mal auf den Kopf des Typen hier. Habt ihr das gesehen? Obwohl der im Video ist und der König nicht wirklich, also bei diesem Stock-Votage-Video, hat Schimtek sich die Mühe gemacht, den König hinter dem Kopf verschwinden zu lassen. Das ist total crazy. Also, das ist so eine Kleinigkeit, darauf hätten die meisten nicht mal geachtet. Und das trotz diesem super auffälligen Outfit. Ja, ich glaube, ich hab's. Der perfekte Ort dafür liegt eigentlich auf der Hand. Ein Sägewerk. Videodesign. Ich seh ihn schon gar nicht mehr. Der könnte quasi überall sein. Ach du Scheiße. Es ist by the way auch wirklich von Vorteil, dass die Sägewerk-Firma nur extrem kurzsichtige Menschen angestellt hat und diese ihre Brillen nicht tragen lässt. Ansonsten habe ich nämlich keinerlei Erklärung dafür, dass mich einfach niemand außerhalb von diesem blauen Radius bemerkt. Ansonsten, Rantum. Das und die Unverwechsel... Jaja, aber das sind so NPCs oder Wachen wie in Splinter Cell beispielsweise. Also wirklich, du kannst literally vor ihnen stehen, die bemerken dich nicht. Nur wenn du genau vor ihnen, also wenn du wirklich vor ihrem Gesicht bist, dann sehen sie, dass du dort bist. Blauen Radius bemerkt. Das und die unverwechselbaren Stealth-Skills des Königs natürlich. Diese nämlich nicht. Oh, ich habe ja gerade über Splinter Cell gesprochen und Splinter Cell Sound eingeblendet. Zu unterschätzen. Wir haben eine Hirnzelle. Niemand hat eine Ahnung, dass ich hier bin. Keiner hat eine Ahnung. Ich bin praktisch gesehen unsichtbar. Timo, das machst du schon seit zwei Wochen. Also theoretisch, also wenn ich jetzt Shimtex wäre, ne? Ich weiß nicht, ob... Shimtex hat, glaube ich, eine Freundin, oder? Aber jetzt, wenn er jetzt Single wäre... Ahnung. Das hier, ne? Das würde ich dann einfach screenshotten und als Profilbild auf Tinder nehmen. Ich glaube, die Matches würden nur so regnen. Ich hoffe nicht, dass du jemals wieder Single wirst und dass du glücklich mit deiner Freundin wirst. Aber, falls du jemals wieder Single werden solltest und zufällig auf Tinder bist, mach das bitte. Dankeschön. Ich bin praktisch gesehen unsichtbar. Timo, das machst du schon seit zwei Wochen. Psst. Psst. Löst meine Deckung auf. Guck mal, wie Shimtex jetzt so tut, als hätte er Freunde. Statisten, die er sich gekauft hat. Mit seinem YouTube-Money. Damit die in diesem Video mitwirken. Aber Shimtex und Freunde... Wir YouTuber haben keine Freunde. Shimtex! Das Ganze macht jetzt bestimmt einen super einfachen Eindruck, oder? Es ist ein Stealth-Game, aber die KI ist super Schrott und bemerkt einen nie. Und, ja. Ich muss wirklich sagen, dass ich... Okay, tut mir leid, wenn ich das wieder ansprechen muss. Aber... Und, ja. Achtet mal bitte. Also, das ist schon wieder eigentlich so unnötig, ne? Diese Schrift könnte auch genauso gut im Vordergrund sein. Beziehungsweise diese Punkte hier. Das würde niemand interessieren. Aber er hat das genauso ausgeschnitten, dass es hinter ihm ist. Warum? Ich meine, ich finde das beeindruckend. Ja. Ich muss wirklich sagen, dass ich gegen alle Erwartungen mit Sneaking ein klein wenig Spaß haben konnte. Bis dann die zweite Welt kam. Okay, also, das Spiel besitzt vier Welten und jeder davon hat 20 Missionen, die im Prinzip alle dasselbe sind. Guten Tag, der Herr. Das wird leider sehr schnell super eintönig, weil man andauernd dasselbe macht, auch wenn das Spiel einen mit Missionsbeschreibungen etwas anderes auftischen möchte, weil man ja jetzt Chicken Fries oder Burger King Joe Kaffee an die Leute vergibt. Wer nennt es sein Kaffee Joe? Aber diese Eintönigkeit wäre ja nicht mal halb so schlimm. Würde das Spiel ab dieser Welt nicht komplett frustrierend und straight up unfair werden. Was? Folgendes. Ob und welche Person hungrig wird, ist purer Zufall. Und diese bleiben dann auch nur sehr kurz hungrig, bevor sie einfach direkt umkippen. Und dann will das Spiel alle... Ja, ich meine, das ist bei mir auch so. Also, wenn ich hungere, dann hungrere ich zwei Minuten. Nicht mal zwei Minuten, zwei Sekunden. Und nach zwei Sekunden, wenn ich verhungert. ein ernstes von einem Mission haben, wie zum Beispiel liefere nur an Leute im Garten, obwohl es kompletter Zufall ist, ob NPCs im Garten überhaupt hungrig werden können oder... Ach du Scheiße. Also man muss Glück haben, das ist RNG, ob jemand im Garten isst und ob jemand im Garten hungrig wird. Aber dann ist das so eine Task, die man machen muss. Und hier ist übrigens Schrift, äh, Schrift wieder hinter, also sowohl hinter den NPC als auch hinter dem Baum. Schlimmtext. Ich achte auf sowas. Liefere nur an Leute von einem Versteck heraus, wodurch man erstmal hoffen muss, dass eine Person bei einem Versteck hungrig wird und es dann nicht mal safe ist, dass die zu dem Versteck überhaupt hinläuft. Ist das dumm. Ich verstehe wirklich nicht, warum sich niemand hierher traut. Ich verstehe auch nicht, was mit den Menschen in dem Spiel bitte falsch ist. Warum hältst du an jeder zwei Sekunden das Video an? Weil ich etwas zu sagen habe. So, wenn ich etwas zu sagen habe, dann spreche ich ja nicht drüber. Also ich persönlich finde, es ist nerviger, wenn ich über das Video drüber spreche, als wenn ich hier stoppe und dann in Ruhe etwas dazu sage. Einfach drauf gehen, aber wenn sie den König dann irgendwo sehen, haben sie einfach keinen Hunger mehr. Oh Mann, ich könnte jetzt wirklich einen Burger vertragen. Ich glaube, mir ist der Appetit gerade vergangen. Sneaking ist ein reines Glücksspiel, das dich konstant gegen den Spieler stellt. Selbst der Levelaufbau stellt sich irgendwann gegen dich. Und wenn ich so darüber nachdenke, kann man das Spiel ja nicht mal speedrunnen, weil es komplett RNG ist. Ich meine, man könnte schon speedrunnen, aber man muss Glück haben, dass die NPCs das machen, was man machen will. Dass man abwarten muss, bis man an bestimmte Orte rüber kann, gigantische Umwege laufen muss oder neue Wege freimachen muss. So ein langweiliges Game. Sie sich in jeder Mission zurücksetzen. Jo, ach du Scheiße, der König ist wirklich stark. Genauso stark wie der einzigartige Geschmack von Burger King. Denn wie wir alle genau wissen, Geschmack ist King. Wichtig, was ich so ein bisschen schade finde, dass dieses Video kein Burger King Placement ist. Weil ich glaube, das heutige Burger King wird sich doch bestimmt auch so ein bisschen über die Spiele von damals lustig machen. Ich meine, das war im Jahre 2006. So, wen interessiert das? Also, eigentlich würde ich Eschintix gönnen. Jetzt ist eh zu spät, aber ich hätte es ihm gegönnt, wenn das ganze Video hier so ein richtig fettes Burger King Placement gewesen wäre. Und dafür hätte er dann, keine Ahnung, mindestens 10k bekommen. Das wäre so cool. Aber leider ist das Video kein Placement. Und sehr wahrscheinlich verdient er durch dieses Video, lediglich über AdSense. Was schade ist. Aber dafür geht dieses Video ab. Für seine Verhältnisse. Und jetzt gönnt dem Jungen doch mal 100.000 Abonnenten. Und mir die eine Million. Dankeschön. Aber so stark der König auch ist. Er ist der langsamste Schwanz auf dem Planeten Hilfe. Klar, in Sneaking soll man sneaken, aber das? Das ist zu viel des Guten. Ganz kurz, Bette Lady. Ich muss mich eben vor Ihnen verstecken, um Sie zu überraschen. Hey, was geht? Ich bin's, der Typ von Burger King. Geh länger, man Sneaking. Der hat auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, dieser König. Ja, der gehört zum Beispiel Burger King und ist so in Anführungsstrichen das Maskottchen. Aber sein Hobby ist, den ganzen Tag sich an Leute ranzuschleichen. King spielt, desto trauriger wird dein Tag. Wirklich. Da hilft es auch kein Stück, dass die Musik dieses Spiels der wohl deprimierendste Soundtrack in der kompletten Videospielgeschichte ist. Das ist die Musik. Warum klingt das so traurig, bitteschön? Das klingt ja ultra traurig. Wozu? Aber das Durchquälen durch alle 80 Missionen lohnt sich, denn Blitzgames Studios, Genies wie sie sind, haben sich eine wirklich mega nice und vor allem auch lohnenswerte Belohnung für alle 100% Spieler da draußen ausgedacht. Ja, das passt. Man kriegt einen schwarz eingefärbten Anzug. Er ist legit einfach Ich meine, er sieht cool aus, aber es hat keine Texturen, es wurde einfach alles eingeschwärzt. Nur schwarz gefärbt. Das war's. Das war im Grunde dann auch schon das komplette Spiel. Was für ein Blackest Games. Merkwürdig, was dieses Konzept auch im Kling mag, dass man sich ein paar Santen ranschleicht, um dem Burger zu geben, macht es dennoch irgendwo Sinn, wenn man bedenkt, dass die damals eine komplette Werbekampagne am Laufen hatten, die genau dieses Konzept eben war. Das ist ja so gruselig. Das ist ja so scary. Okay, das ist trotzdem wo jetzt. Burger King hatte tatsächlich eine Abmachung mit Blitz Games, dass jeder der beiden Parteien eines der drei Spiele komplett nach ihren eigenen Wünschen gestalten durfte. Jetzt mal ohne Spaß. Ich weiß, ich habe das Video jetzt schon sehr oft appreciated, aber ich habe das Gefühl, dass das Stimtex-Video, wo die meiste Arbeit reingeflossen ist. Also wirklich die ganze Zeit, jede Sekunde ist irgendein Effekt. Also alleine das hier. Das ist trotzdem wo jetzt. Burger King hatte tatsächlich eine Abmachung mit Blitz Games, dass... Alleine das hier in der Mitte. Also ich frage mich, wie ist das... Wie lief das? Hat Stimtex zu seiner Freundin gesagt, yo, ich brauche eine Szene vor einem Greenscreen, dann müssen wir einmal so machen. Hast du kurz Zeit? Wahrscheinlich war das genau so. Jeder der beiden Parteien eines der drei Spiele komplett nach ihren eigenen Wünschen gestalten durfte und beim dritten Titel beide quasi eine Art Kompromiss schließen mussten. Burger King wollte mit ihrem Maskottchen andere Leute stalken. Es hatte einen wirklich netten Anfang und ein verdammt interessantes Konzept, wurde nur leider schrecklich umgesetzt. Schauen wir uns also als nächstes am besten das komplette Gegenteil von Sneaking quasi an, nämlich das Spiel, wo Blitz Game Studios die meiste Entscheidungsfreiheit hatte. Big Bomben. Es tut mir leid, ich finde den Namen immer noch super. Okay, der Titelscreen von Sneaking war wirklich eine Sache für sich, aber Big Bomben hat ja mal ein ultra kreatives Hauptmenü. Das Spiel basiert ja offensichtlich auf Autoscooter und die Idee das Hauptmenü zu einem Rummelschalter zu machen und da Okay, das ist cool. Das muss man schon ehrlich sagen, das ist schon ziemlich cool. Ich meine, hier hast du das Menü und der Hintergrund ist lediglich ein Video von diesem Burger King König wie er in so einem Rummel, so eine Rezeption ist quasi. Bei Kamerasequenzen mit der Menü Navigation zu kombinieren ist absolut genial. Das fand ich auch bei Brutal Legends damals so unfassbar cool. Warte, das Spiel kam nach den Burger King Spielen raus. Brutal Legends hat also ganz offensichtlich vom Burger Kings Big Bomben geklaut. Da bestehen keinerlei Zweifel fick dich Jack Black. Kommen wir nun also zum Gameplay. Es handelt sich hierbei um ein Partyspiel bei dem man den Autoscootern gegeneinander Und jetzt mal ohne Spaß Ich finde das sieht einfach nur aus wie ein Mario Party Minispiel Nur ist das hier ein ganzes Spiel Danke Leonie Ich hätte gerne einen großen Kingshake Hierbei gibt es einige verschiedene Modi zur Auswahl welche jeweils zwei Maps besitzen Ein klassischer Modus wo man sich gegenseitig killen muss Ein Gründchen Hock Was war das dann? Guck mal hier die rechte Seite an bei der Kettensäge Bei diesen beiden Kettensägen links und rechts Stellt euch mal vor das wäre einfach so auf dem Rummeln echt Ihr fahrt da rum und dann müsst ihr ein anderes Auto da gegen diese Säge bumpen Ein Gründchen Hockey Eine Art Capture the Flag Jedoch Komplett Das ist irgendwie cool Ein Spiel in dem man den Puck so oft berühren muss wie nur möglich und Shockball aka das heiße Kartoffel-Minispiel aus Minecraft Und ja das ist das komplette Spiel Es sind fünf Minispiele Ich meine es ist quasi Mario Party nur mit dem Unterschied dass ein Minispiel dann irgendwie fünf verschiedene Modi hat Irgendwas drumherum Das ist vom Inhalt her das Äquivalent dazu als würde man sich voller Vorfreude ein Mario Party kaufen nur um die Box zu öffnen und ein Also Shimtex und ich sind ja wieder eine Gehirnzelle Ich hab eben von Mario Party gesprochen Halleluja Mario Party Fick dich Hier gibt's keine Party Du spielst jetzt nur noch Saubermänner in Aktion entgegenzubekommen True Naja Immer noch spaßiger als Mario Party 9 und 10 Aber wer weiß Es ist immerhin das Spiel bei dem Blitz Games am meisten ihre Kreativität ausleben durften Vielleicht sind diese fünf Minispiele ja so gut dass man sie immer wieder aufs Neue spielen möchte Ne Selbst die Bon Jovi Musik macht diese Spielerfahrung nicht viel angenehmer Es ist zwar allein der langweiligste Haufen Kacke überhaupt aber genauso Ich muss aber ehrlich sagen ich finde also ich hab das jetzt selber nicht gespielt aber ich Spaß macht Mario Party alleine Big Bumpin hat für mich also dennoch ernsthaftes Potential Es könnte sich als ein tatsächlich spaßiges kleines Spielchen entpuppen wenn man es mit seinen Freunden zusammen spielt Sofern du sie dazu überreden kannst ein 4 Dollar Burger King Da sind wieder die eingekauften Darsteller für das Video Dazu überreden kannst ein 4 Dollar Burger King Spiel aus den USA mit dir zu spielen warte mal ist das hier eigentlich ich finde das sieht aus wie David aber das ist wahrscheinlich nicht David hey Jungs habt ihr vielleicht Lust auf eine Runde Big Bomb Ich hab keine Halt du Nägel durch die Schenkel treiben bevor ich das spiele Alter ganz schissen nein Ja meine Theorie hat sich tatsächlich bestätigt besonders Schockball und Hockey sind mit anderen Leuten erstaunlich gut und sogar spaßig klar es ist absolut nichts bahnbrechendes was man hier sieht ist exakt das was man bekommt aber ich glaube jetzt mal ohne Spaß ich glaube dieses Game als Mobile Spiel als Mobile Spiel für nebenbei wäre ziemlich geil ja also es muss kein richtiges Konsolenspiel sein und das kostet wahrscheinlich auch zu viel aber so ein Mobile Game für keine Ahnung 5 Euro für nebenbei würde ich absolut akzeptieren ein paar Minuten simplen harmlosen Spielspaß kann ich euch das wirklich ans Herz legen ihr müsst nur mehrere 100 Euro für ein 4 Dollar Spiel ausgeben somit bleibt uns also wirklich nur noch das dritte Spiel bei welchem Burger King und Blitz Game Studios einen Kompromiss schließen mussten ich bin mir sicher dass sobald dieses Logo erscheint wir kollektiv an dieselbe Sache denken müssen wofür man Burger King eben kennt ich mein Kart Racer ok da gibt es mittlerweile von jedem Franchise was aber Pocket Bikes das ist so unfassbar spezifisch und hat tatsächlich ja ich habe so ein bisschen das Gefühl dass sie sich dachten ok es gibt Mario Kart und Karts sind hier auch relativ spezifisch das heißt wir brauchen auch etwas was aber nicht Karts sind sondern Pocket Bikes ja das ist es let's fucking go auch einen Grund laut einem Interview mit dem Gründer von Blitz Game Studios bestand Burger King anscheinend extrem darauf dass man ihre Charaktere auf Pocket Bikes packt ok ok aber warum diese Charaktere von denen gesprochen wurden sind übrigens der King Mann Frau Biker warte mal sind das nicht die NPCs von dem Sneak Game sind übrigens der King guck mal das ist der Main Character von dem Sneak Game Mann das ist der irgendeiner von Sneak Game Frau und das ist irgendeine von Sneak Game Biker der subservient chicken diese super gruselige werbekampagne da ach du scheiße was meet the chicken who can't say no ich weiß ich bei so einem Chicken muss hier an KFC denken wo man einen Typen im Hühnchen Kostüm via Webcam beobachtet hatte und Befehle per Chat eingeben konnte bin ich gerade aus Versehen in so einem Rat ich finde das wirkt ein bisschen wie eine creepypasta stell dich mal vor daraus hätte man so gut eine creepypasta machen können und dann gab ich unten kill ein doch dann geschah etwas womit ich nicht technete er brachte wirklich jemanden um ja ne der wirkt sympathisch den mögen die Kids lasst ihn mal auf dem Pocketbike packen zur Auswahl steht aber außerdem fucking Brooke Burke eine Schauspielerin welche anscheinend den König von Burger King gedatet hat warte ich habe so viele Fragen warte mal war das eine Kampagne also war das war das PR dass sie den König von Burger King gedatet hat oder hat sie einfach den Typen unter der Maske von also unter der Maske ich hab so viele Fragen also hat sie den Typen der immer dieses Kostüm getragen hat gedatet und dann hat sich das einfach so ergeben oder hat sie für PR einfach den Burger King König gedatet oder fand sie den Burger King König wirklich geil und hat ihn deswegen gedatet ja das war ne Sache sehr passend ne Fast Food Kette als Persönlichkeit der Fitnessbranche zu promoten Brooke das ergibt gar keinen Sinn Burger King ist aber auch perfekt für die Massephase und genauso gut passt sie in dieses Spiel hier sie war immerhin Rachel aus Need for Speed Underground 2 und das ist auch ein Rennspiel besser geht's nicht wir packen sie deshalb sogar direkt aufs Cover damit alle Käufer die Hülle sehen und als ob man sich denkt sobald man dieses Spiel sieht yo das ist doch Rachel aus Need for Speed Underground 2 ja da muss ich ja dieses Spiel kaufen Pocket Bike Racer ist wahrscheinlich sowieso besser als Need for Speed alle Käufer die Hülle sehen und ganz aufgeregt sagen können wer ist das somit bleibt also nur noch Whopper Junior als Fahrer übrig und ich weiß ja nicht wie es was ist das was ist das denn hä das ist ja einfach ein Meme hä kann mir doch keiner erzählen dass sie dieses Spiel ernst genommen haben also das will ich an der Stelle einfach nur noch mal unterstreichen das ist von Burger King abgesegnet dieser Burger Typ mit dem NPC Kopf von dem Typen was ist das ich geht aber der wirkt wie der perfekte Charakter für mich er sieht sogar ein bisschen aus wie ich die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend aber gut dann starten wir das ganze mal ja das ganze Budget ging für Broke drauf Pocket Bike Racer ist ein Funracer mit dem sagenumwobenen Inhalt von fünf Strecken cool bei den Tracks handelt es sich um eine Nachbarschaft den also das sind schon bei mehr Spielfelder als bei Mario Party Super Mario Party hieß das als von Super Mario Party das Garten des Königs eine Baustelle ein Burger King Traumlands und ein Parkplatz vor einem Burger King das war das letzte Mal dass ich zu Burger King fahre wisst ihr was richtig geil bei einem Funracer ist nie zu checken wo man gerade hinfahren muss um dann tausendmal eine Sackgasse zu fahren im Vergleich Mario Kart Strecken sind relativ simpel und haben so gesehen die Philosophie der 2D Marios in das Streckendesign übernommen da es nur einen Weg ins Ziel gibt mit ein paar ey ohne Witz es gab damals Mohun Kart keine Ahnung ob ihr das kennt ich hab das als Kind auf PC gehabt das war so ein Game das gab es bei Computerbildspieler oder so und es gab eine Strecke ich schwöre da siehst du einfach nicht wo du hin musst siehst einfach nicht wo du hin musst es wird nicht ausgeschildert das sind keine Pfeile es ist einfach unfassbar verwirrend und ich hasse Racer wo das nicht klar und deutlich also wo man nicht von Anfang an checkt wo man genau hinfahren muss offensichtlichen kleinen Abkürzungen Burger King war anscheinend ein riesen 2D Sonic Fan denn was ist das für eine Karte das ist so schon verwirrend genug aber die gefühlt 100 alternativen Wege die es gibt sind noch nicht aufgezeichnet selbst die Computergegner wissen super oft nicht wo sie hin müssen und stecken stellenweise sogar einfach fest was irgendwie ein ganz gutes Gefühl zu wissen dass die KI mindestens genauso dumm ist wie man selbst mit der Ausnahme von einem fucking Charakter natürlich okay wer wer aber jetzt mal ohne Spaß ich verstehe nicht warum ich meine klar die Strecken sind ein bisschen verwirrend aber dass die KI nicht mal checkt wo die hin muss das ergibt ja gar keinen Sinn die stellt man doch als Spielentwickler selber ein er dachte dass es eine gute Idee ist dem König im Spiel OP zu machen weil er das was Kottchen ist guckt euch das an hä ich versuche legit mein Bestes aber der fährt einfach dieser König ist einfach ein Selbstdarsteller ja der weiß einfach die Sache ist halt die ne ich erkläre euch jetzt die Lore von dem Spiel der König ja der hat das ganze organisiert und er weiß dass das Haus mehr heftiger ist als die anderen er hat nur Leute eingeladen wo er weiß dass sie scheiße sind einfach nur damit er selbstdarstellerisch zeigen kann wie heftig er ist ja das ist die Lore grundlegend schneller als alle anderen außer man nimmt ihn natürlich selbst dann ist das Spiel wieder gebalanced wenn einem diese Maps nicht überzeugen konnten bietet Pocketbike Racer obendrauf noch drei weitere Spielmodi an wovon der erste hier Battle Royale heißt Battle Royale ich werde nicht diesen Witz machen und wie zu erwarten handelt es sich hierbei um den Fun Racer üblichen Battle Mode wie er auch in Mario Kart 8 vorhanden ist in der Wii U Version Kampfarenen nö hast einfach mal die ganz normalen Strecken dafür auch nö überhaupt nicht dafür geeignet ist das langweilig Mario hat vom Burger King geklaut aber warte mal hat nicht ein Mario Kart Teil das genauso gemacht es gab doch irgendein Mario Kart Teil da sind die Battle Arenen auch nicht wirklich Arenen sondern einfach nur diese Strecken der Modus danach Ultimate Cone Trial ist leider auch nicht viel interessanter man fährt einfach zwischen 20 Hütchen durch und wer das als erster geschafft hat hat gewonnen leider sehr langweilig aber der letzte verfügbare Modus macht mich verdammt neugierig Hardcore Racing oh shit oh Junge vielleicht wird das so ein bisschen wie Mario Kats furiose Items wo einfach alle Items viel zu OP sind und dadurch das ganze Rennen mega kaputt okay meine Prediction ist das ist wahrscheinlich einfach nur das normale Rennen nur mit einem kleinen Zusatz rotisch wird oder 200 CCM dass man viel schneller als eigentlich gedacht ist vielleicht ist es ja auch was komplett eigenes es ist fahren ohne Items aber hey genau okay okay ich nehme alles zurück es ist nicht mit einem kleinen Zusatz sondern mit einem kleinen Absatz genauso wenig Spaß macht Mario Kart alleine und sagt man überhaupt Absatz ich glaube Absatz ist was anderes jetzt musst du deine Freunde nur noch dazu verreden ein 4 toller Burger King Videospiel aus den USA mit dir zu spielen Abzug ich meinte Abzug nicht Absatz ein Euro ja ich habe keine Freunde mehr das das waren also die drei Burger King Spiele eine wirklich sehr seltsame Marketing Strategie von denen die sich aber wirklich für das Unternehmen gelohnt hatte nicht nur waren das tatsächlich einige der meistverkauften Videospiele aus dem Jahr das finde ich ja so heftig ne 3,2 Millionen Kopien man konnte sich das nur bei Burger King kaufen ich meine klar die haben nicht viel gekostet aber trotzdem ist das man könnte schon irgendwo sagen die Kampagne war ein voller Erfolg auch wenn die Spiele das Todescheiße sind 2006 Burger Kings Quartalsgewinn in diesem Zeitraum hat sich um satte 40% erhöht es wurde auch aber warum haben die das nie wieder gemacht ich meine es lief doch gut theoretisch könnten die das heutzutage wieder machen massenhaft darüber geredet und berichtet weil es ein super neues und ultra bizarres Konzept gewesen ist ich meine ich ja schon 2006 ein random Typ aus Deutschland redet 2001 was habe ich denn 2006 gemacht 2006 war ich 14 Jahre alt ich weiß ich habe mit meiner Mom und mit meinem Cousin mit meinen Eltern beim Cousin Urlaub in Ungarn gemacht das habe ich 2006 gemacht ich kam in die 9. Klasse das habe ich noch 2006 gemacht ich habe da angefangen diese Videos zu machen also mit der Digitalkamera ich habe Blali 1 erschaffen true warte mal es gibt doch ein Video genau dieses Video habe ich erschaffen im Jahre 2006 oh wie ich da noch aussah oh man mein 14-jähriges ich ich kann es nicht glauben the fuck was machst du denn hier wunderschön und während ich dieses Video gemacht habe wurden in Amerika diese Burger King Videospiele veröffentlicht 21 also ganze 15 Jahre nach dem Release dieser Videospiele noch darüber obwohl die bei uns nicht mal rausgekommen sind und wenn eine Werbekampagne sowas bewirken kann dann war sie verdammt effektiv aber dennoch mich dazu zu bringen jetzt man muss dazu aber auch sagen die Leute wussten ja die Leute wussten nicht ob die Spiele gut sind oder nicht man konnte sich das so bei Burger King kaufen die Leute waren super neugierig und ich glaube ich wäre genauso neugierig gewesen ich hätte mir die Spiele auch geholt künftig bei Burger King essen zu gehen das haben diese Videospiele auf gar keinen Fall geschafft es bräuchte wesentlich mehr als so eine dumme Werbekampagne um jemanden wie mich mich davon zu überzeugen what the fuck was soll ich sagen ich feiere halt Quadratärsche sehr geiles Video sehr sehr geiles Video ich würde sogar sagen das war bisher das beste Shimtex Video was er je gemacht hat ich hab nur ein bisschen die Sorge also Shimtex wird ja von Video zu Video immer besser und ich hoffe dass der Perfektionismus nicht so sehr kickt dass er irgendwann keine Ahnung ein Burnout kriegt oder so aber er macht das schon sehr geile Videos natürlich ein Like von mir und ihr solltet euch das Video auch angucken liken und schimpft es abonnieren damit er endlich irgendwann mal die 100.000 Abonnenten hat denn er hat sie verdient zu hören du bist viel zu weit weg die Gedanken in meinem Kopf gehen drip drip drop drop du bist viel zu weit weg die Gedanken in meinem Kopf gehen drip drip drop drop bis zum unter runter bis zum unter bis zum unter folgen Bis zum nächsten Mal.